Es war einmal im Jahr 2020. Da kam Nancy vom IB eine Idee. Sie eilte zu Ina und Carsten am ändernden Elsterufer. Wisst ihr noch, im letzten Jahr das Sommercamp in der Bautzener Allee? Beide waren begeistert. Fluchs lud Carsten den SAIK-Mobil ein. In den Ferien war es dann endlich soweit. Das SAIK kam mit Johannes und Kathleen angedüst. Unsere Filmprofis, das sind sie. Sie zeigten Emmy, Niklas, Frau Redlich, Elias, Tino, Francis, Lara, Marvin und Nick, den Umgang mit Kamera, Laptop und Tablet. Dazu Storyboard, Farbe, Stifte, Papier und so entstanden tolle Filme. Ein Hauch von Hollywood wehte durch Hoyerswerda. Ein tolles Projekt von SAIK-Mobil, KUFA Hoyerswerda, IB Hoyerswerda, mit freundlicher Unterstützung der Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda. Vielen Dank.